Hallo, Süße. Oh nein, das ist der kranke Onkel mit den... Oh nein, nicht der schon wieder. Was willst du von mir? Du, ich will dich mit dir pimpern. Hä, pimpern? Das... Ja, komm schon, Süße. Ich will mit dir pimpern. Ja, komm mit mir. Oh Gott, nicht mit dir, du dicker, fetter Onkel. Hey, hast du zu dich Lust ein bisschen... Nein, kein Bock drauf. Vergiss es. Hey, komm. Ich will es mit dir. Komm mit mir. Hey Onkel, verpiss dich. Ich will dich hier nicht sehen. Ach komm, ich esse so langweilig. Komm mit. Ich will mit dir... Äh, dieser Fettkloß. Mal sehen, was aus meinem Instagram-Account steht. Äh, nicht schon wieder dieser... dieser Johnny. Oh nein. Oh nein. Hallo? Ja, einmal Pizza, alle mit drum und dran. Einmal Pizza, Sasanje. Einmal Pizza, Antoni. Hallo? Ja, ich möchte einmal eine Pizza... Oh, hallo? Oh, komm mit, Süße. Das wirst du nicht bereuen. Ich... wir fahren ins Disneyland. Komm mit mir ins Abenteuer. Komm mit mir ins Abenteuer. Jetzt machen erst mal eine drauf. Oh mein Gott, das werde ich noch bereuen. Oh, überall diese Kleeblätter. Ja, der ist bestimmt irre. Sind Sie irre? Sie sehen, sehen was aus, als wären Sie irre. Ja, ich bin irre. Oh Gott, hab ich mir doch gedacht, er ist irre. Und wie ich irre bin. Super irre. Ich bin irre. Ich habe... Ich bin der Irrste, Irrste. Hab ich mir doch gedacht, mal den Kleeblättern. Aber Johnny, Du hättest dich nicht auf Instagram verstellen sollen. Ach, komm. Ich bin sowas von irre. Glaub mir mal. Und das ist die Universität von Lonnie Towns. Da war schon gar Roger Rabbit drauf auf der Universität. Und das ist Ed Krüger. Der Cousin von Freddy Krüger. Der gibt sich als Postbeamte aus. Was? Echt? Ed Krüger? Der Cousin von Freddy Krüger? Ach, ja, da hab ich es dir nicht erzählt. Er hat sich als Postbeamte ausgegeben. Ah, das ist Ed Krüger. Ja, Ed Krüger. Der Cousin von Freddy Krüger. Auch bekannt als Fred Krüger. Aber man sagt es nicht weiter. Er macht ja hier Urlaub. Und warum macht er Urlaub? Weil er keinen Bock mehr auf Spring Road hat. Darum ist er hier in Tony Town. Und ich habe echt keinen Bock mehr. Warum beschwimmst du mich so furchtbar? Weil ich dich nicht ausstehen kann, Fräulein. Ich habe schon eine andere auf einem Wickel. Ach, du bist ja so gemein. Ja, glaub mir mal. Du bist nur ein kleiner Bimbaboo. Was, Bimbaboo? Du bist aber böse. Ich bin richtig böse. Glaub mir mal. Ach, du bist sowas von böse. Und glaub mir mal, ich werde dich verklagen. Ach, ich fahre jetzt mal ins Tony Towns Land. Oh mein Gott. Das geht mir so auf den Keks. Jetzt singe ich noch ein wenig. Da, la, 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 la. In ganz in Gloria. Und das ist die Animal Farm. Da, 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 da. Oh, das ist doch niemals die Animal Farm. Nö, das ist die Tony Toon Farm. Und jetzt habe ich mein Handy verloren. Scheiße. Oh Gott. Sag nicht, dass es... Ja? Nix. Büb. Büb.